Naja, wenn du die AWP hast, hast du nicht das Problem. Mh, doch. Wenn der dich zuerst sieht, bist du auch tot. Wenn er den trifft. Ja, natürlich, das hast du aber bei der AWP ja genauso. Wenn er den trifft. Ja. Hast du diese Map? Resident Evil. Oh, die Cut Map, ey. Schon wieder so langweilig. Die ganzen guten Waffen sind wahrscheinlich wieder weg. Die ganzen guten Waffen sind wahrscheinlich wieder weg. Ich hab grad mega lags. Also hier sind die FPS wieder gut. Na, jetzt gehts auch wieder, nur eben. Nur auf der Map gerade eben ging halt gar nix. Wegen der scheiß Partikel. Es ist immer noch Preparing Phase. Es kann doch keiner sein. Kann ich auch sagen, Crypto steht rum, der kauft bestimmt schon. Ey, Razer, treten rum. Hast du dir schon ne Freundin gesucht? Ja, ja. Guck mal hier. Ich möchte dir die bitte vorstellen, ja? Hm. Kannst du die bitte erstmal sauber machen, wenn du die benutzt hast? Das fände ich, äh, herzartig. Okay, Moment. Das ist ne Einmalfreundin, die kann ich wegwerfen. Aua. Oh! Äh, Razer wurde gerade gekillt. Hm? Razer wurde gerade gekillt. Von dir? Ne, äh, von einer Lemonade. Von deiner? Ja? Nein. Ja, Razer hat sich das immer erwischt. Der ist der Dete. Oh mein Gott. Und ne? Hä? Der Dete kann nössens Lemonade Launcher kaufen. Ah ja, auf jeden Fall. Ja, aber... Razer wurde weggeführt. Oder hatte er keinen Lemonade Launcher bei sich? Äh, hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Guck mal in den Super. Wer stört denn hier so rum? Ha! Oh mein Gott! What's up? Oh mein Gott! Ah! Lukas ist es! Lukas! Wer ist Lukas? Wer ist Lukas? Wer ist Lukas? Kreatum. Ich bin's nicht, wirklich nicht. Ach wirklich nicht. Ich bin's wirklich nicht. Ich bin's wirklich nicht. Okay, da ist er gestorben. Oh, der Turner wär so real gewesen. Drecksmausempfindlichkeit. Nice! Ich hab grad die Leiche gefunden. So, und ist der andere? Krümel oder Zadek? Ich hab grad die Leiche gefunden. Zadek, äh... Moment. Zwei Traitor. Ja. Ähm... Ja, ihr beide macht euch mal gegenseitig. Ja, ja, natürlich, Zadek. Natürlich. Ich würd' sagen, ihr macht euch gegenseitig. Ich hab nen Traitor erledigt. Also, ich bin Confirmed Inno, ne? Ja, Monix ist es. Ja, natürlich. Denn das ist Krümel. Ja, macht euch gegenseitig. Viel Spaß. Ja, wenn ich so sehe, macht das so. Nur die Frage, wo ist? Das hatte ich nicht, das hatte ich nicht zu interessieren, wo ich bin. Ja, ja, das ist mir auch ziemlich egal, hauptsache ein bisschen bei dir. Ach so, Monix. So ist das. Hm? Ja. Da ich Inno bin, ist das... Kann's mir egal sein, wo ihr seid. Also, ich bin auch Inno in Trennung her. Ja. Würde ich echt sagen, Monix ist das. Vorher bei Krümel weiß man nie... Wer läuft da oben? Wo ist da oben? Ja, oberste Etage. Hier? Gerade aus dem Mittelraum raus. Ja, hier? Ne, ich glaub hier. Hier bin ich. Hallo? Ach da, du bist das. Ja, hi. Ich trau' dir nicht. Ich trau' dir auch nicht. Mich siehst du ja auch nicht. Ja, und das ist das Problem. Nö, find ich nicht. Halt die Fresse, Zombie. Wo seid ihr hier? Ich hab's halt jetzt töten können, hab's nicht getan. Hm. Ich hab's doch nur aus seinem Vertrauen erstreichen. Hm. Ja. Wenn Sadek... Wenn Sadek... Wenn Sadek einen Traitor getötet hat, du aber nur einen Confirmed hast, dann muss Sadek für mich auf jeden Fall prüfen. Du nicht. Weil Confirmen kann jeder. Da ist er nie. Und jemand belästigt die Zombies. Was? Leute, wir haben Zeit, ja? Ja. Ich hab genug Zeit. Alles gut. Ja. Wer war das? Wer war Thomas? Habt ihr gerade gesehen? Das bist du? Oh mein. Ciao. Aber ich sehe Monex die ganze Zeit nicht. Das ist... Ja warum? Ja warum? Ihr müsst mich auch nicht sehen. Da ich Inno bin. I'm sorry. Da stehst du einfach Krümel, wenn du sie siehst. Und dann haben wir gewonnen. Hm. Auf jeden Fall. Tja. Du hast da natürlich nicht gewonnen Krümel. Das ist klar. Haha. Hup. Es muss kommen wir schon bis jetzt aus. So... Hup. Es ist ja so, mitingerspitzen. Hang�� jetzt n perdzen ichd 셋 hast drauf das Ch allen? Er bauen, dass es sich auch erwähnt hat. aber nicht mal eine konversation starten so so ist echt einmal wieder machen wie die beiden rumlaufen also wie war das wetter heute so bei euch schick mal das gute wetter rüber ach nee zum arsch der weg lebst du noch nein ich bin tot deswegen habe ich auch vorhin die ganze zeit die flasse gehalten die anderen und halten sich gerade über ihr alter und ich nehme den nicht wirklich dass die 26 hat anscheinend nicht getroffen mit ihrer komischen kombi ballpistole obwohl sie dir das ding in den rücken geworfen hat noch ich bin ich jedes mal aus dem weg geht das ist so geil das ist alles von mir auch nicht einfach auf fucking assassin's creed tübe mann daher oder etsy oder so mal hier mal ist er nicht da ja was sagen er guckt sich nirgendwo eine ecke und auf einmal ist er weg vorwärts von der ei nicht mehr gesehen ja ist der modus over 9000 oder crisis hat nanos wird dabei den tollen mantel aus harry potter nach dem motto ich lauf dir in die fresse aber du siehst mir nicht was kann man nicht mit diesen komischen puppen machen die man aufhebt da liegen teilweise so komische figürchen rum ist ein leichen ich kenne das auch umher schmeißen ok weg mich wenn sie fertig sind alles klar hat also noch zwei minuten fünf kommt da nicht noch traiter zeit drauf oder spielte ohne heißt mutter wollen nicht deswegen ist auf zehn minuten eingestellt also ok dann ich kenne es halt mit hast du was der trader früher kills machen muss aber nicht so lange zeit also wir leben wird sie eigentlich noch weg hauen wir sind gefunden habe ich will es mich nicht finden also es gibt immer eine lösung für mich im suizid sie hat die lösung in der hand warum hat krümel gerade gesp... was zum fickchen ja weil es geil ist ne ja erstmal eine spritze heroin gönnen ja natürlich ah sooo nein alter wie geht das fuck endlich das hat echt nicht gedauert aha ich hab mich einfach so verwinkelt und riesig ne ja aber radar hattest du oder? ja ich hab mir die ganze zeit nach radar gelaufen warte 30 sekunden krieg ich ne überall auf der welt irgendwo ne andere position und ich hab so 500 meter in planung ich denk auch weil ich mich verarsche und wie unehrenhaft war das denn einfach mit dem fucking shit in den rücken geschmissen wenn ich gerade meine freundin weggeworfen hab ey mann geht der was? so ein komischer zombie da weggeworfen in den Müllämmer ich wollte sagen warum seine freundin wegwerfen er hat schon mal leid ich wollte nicht dass du so nekrophili äh und Leichenschäden oder was im stream betreibst what hey monix was geht aber na? spiel mal ein bisschen äh ok hallo ernie ich wollte mich eigentlich hinter dir verstecken und gucken ob du ob du es rallst naja eiche pp ne ey eiche oh nice eiche maine eiche naja ich musste auch irgendwo lang laufen ja dann geh ne umgott aber geh oh 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 schieb mich doch nicht hoch oh 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 my god das Spiel oh my god ich liebe es das war hier als Kind auch gespielt fuck hey ey krypto Vielleicht machst du später über diese Dinger springen da. Warte? Da ist ein Krümel. Warte, bist du gekommen? Warte, bist du, oder? Hallo? Verpiss dich! Warum geht die Tür nicht auf? Welche Tür? Einige gehen nicht auf. Ja, jetzt hab ich auch grad Dinger. Das bin ich hier weg. Oh, geil. Halt die Fresse, Zombie, ey. Matze, lebst du noch? Matze wurde getötet. Na, wo liegt er? Sadek! Annie! Hey, warum schießt du? Warum warst du Indo? Warum warst du hurt? Der einzige, der tot war, war ein fucking effective. Ich war nur hurt, weil ich vorhin dieses Stück Seil runtergefallen bin, was da oben ist. Wo du auch eben runtergefallen bist. Ja, du hättest mit Matze gekämpft. Nein! Mann! Sorry. Jetzt hab ich noch 39 Leben, danke. Der Dete ist tot. Was soll ich machen? HALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL ja wär doch schön wenns da der jump and run wär mit dem wo man... oh rümmel hallo mornix du hast auch noch so wenig Leben hast du Matze getötet? nee weil... glaub doch ich hab Matze gefunden oh nice wo? ich hab Razer gefunden Razer war Traitor ok dann kommt er mit 6 in die schule und kann schon lesen, rechnen, schreiben, alles so wie ich damals wär doch mega warum ist jetzt hier alle still? wo sind die Leute? die sind alle tot bis auf Krypto und mornix das hab ich gesehen eben, ja oh holy shit der war ja richtig geil wer hatte, wer hatte, äh, mich gepackt sorry Sanec here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane ja ich denk du kannst doch nicht jedes mal schießen, nur weil du dich erschreckst, Krümmel da hab ich Razer noch mitgenommen musst du dem mal abgewöhnen vorhin, Annie hat einfach auf mich geschossen der Krümmel auch einfach auf mich ja, erst, 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 erst schießen, dann fragen ach, wir sind schon wieder, du es war nicht einfach für, ich guck aus der Tür und bin schon wieder, hau ab jetzt verpeste ich doch mal Krypto Sadek und Krypto waren beieinander ja, Krypto ist die ganze Zeit am rumballern am rumballern am rumballern mit der Langeweile Sadek Sadek das ist ein D-Tick juhu, ich hab ne Deagle ich hab keine Primary ich hab keine Primary ich werd andauernd von allen Leuten gehostet wow 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 nice wuuu attacke jetzt fühl ich mich an wie Lucio aus Overwatch oh god no was hab ich getan Sarah ich hab, ich bin einfach keine Waffe, ne es ist einfach so ich bin nur ne Waffe endlich, ich hab ne M16 wuuu geil, die geht da uuuu du kannst ja einfach über die Dinger rüberjumpen das ist geil NOOOOOO ich hab da APP ja, ein bisschen was ruhiger bei uns heute ja, ist doch schön das ist manchmal doch ganz angenehm hier ist Feuer angenehm ist immer gut Speed, ich bin auf Drogen oh fuck, ich werd angeschossen von Erni und Bärth Bärni und Bärth das heißt Bärni und Erd Bärni und Erd Bärni und Erd bitte, man kann's sagen aber wer von beiden Ja, Anne Ja, Anne Bärni Woh? Bärni Woh? Aaaa, das ist so schön Alter, so schnell hier Rende Mountain Rende Mountain Ich hab vorhin nicht bemerkt ich gube einfach auf K Alter, ich speedy hier grad rum, ey mein Tee ist schon wieder leer leu Alter, wie schnell wenn wir alle so schnell sind, wie soll man die Leute finden? wie soll man die hitten, Alter? Wie, hat er schon wieder meinen Namen gesagt, der da hinten? Kirschauer1992, dankeschön für dein Foto und herzlich willkommen in der Krummel Lounge. Ich habe keinen Lagen verloren. Das ist aber schön, da freue ich mich. Hallo, ihr seid so süß. Bist du hier jemand? Okay, immerfort wiederbelebt. Das gibt's da nicht. Wer macht so ne Scheiße? Nein, wirklich. Zarek? Ich will auch. Du kannst vom... Ich kann nicht vorbei, du. Du... Du bist zu fett. Sorry. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Und vielleicht ja bis zum Glück, würde ich mich freuen. Schlaf schön. Träum süß. Alles. Ich muss da hin. Oh nix. Ich hab mir gerade einen Shotgun geholt. Ich renne hier mit Speed rum, aber ich sieg... Ah ok, so geht dann. Maki YouTube, dankeschön für dein Foto und auch dir herzlich willkommen in der Krummel Lounge. So, ein Traitor hab ich erwischt. Das reicht. Das war Razer. So. Wo ist Annie? Weiß ich nicht. Ich bin irgendwann nirgendwo, würde ich mal behaupten. Bisschen Lappen. Das bist du. Das kann sein. Bewegt deinen Arsch hierher. Ja ne, das glaub ich irgendwo unten. Oh, what the fuck. Hä? Warum hab ich die in der Hand? The fuck. Das war random. Sorry. Wo bist du? Die viel wichtiger Frage ist, wo bist du? Ich glaub irgendwo unten. Äh, hier äh. Nein, nein, ich hab grad nen Tick vom Radar gekriegt. Aha. Ja, bei dir ist eine Geschwindigkeit, wie wir uns bewegen, bringt das gar nix. Ja, aber ich hab nen, noch nen Energy genommen, also ich bin noch ein bisschen schneller als du. Gib von mir, äh, im Hauptraum. Ja, ich hab's gemerkt. Und dann wartet der nächste Tick. Verpiss dich. Was? Du, Alter. Alter, verpiss dich. Schade. Schade. Schade, das war so ethisch gerade. Ich versteh aber nicht, wie er mit der Shotgun hitten kann, ob ich mit der scheiß Racer nicht. Die Schrotflinte, ich sag's dir ganz ehrlich, die ist wie ne Sniper. Du kannst mit Luck auf 100 Meter Empfernung gehalten. Warte mal, Racer, du bist ein bisschen leicht, ich versteh dich nicht. Du kannst ja gestern sehen müssen, wie ich, wie ich Monix weggemacht hab, er ist 30 Millionen Meter entfernt. Racer, hast du so gesagt? Das war auch nur Luck. Ich meinte, du bist schlecht am Handstabwettbewerb, wenn du so schnell loslegst. Wie immer nix drauf. Nix drauf, außer Zammel da. Ich bin halt schnell. Hallöchen? Es ist nicht immer gut, der Erster zu sein, das ist dir bewusst? Bei ihm kommt's halt auch schnell. Was? Was? Der Erster, dieser, das Krümel. Hast du hier eben, im Links hier, Matze? Hä? Hm. So ein Tisch? Ja. Willst du mit dem, willst du mit dem... Aber jetzt fühlt sich alles so langsam an. Kannst du wohl... Kannst du wohl... Kannst du wohl... Ja, nach der Speedrunde eben, ey, voll auf Koks, ey. Es gibt auch ne Slowrunde, oder? Watt's? So. Ja. Es gibt auch ne Schweberunde. Oh. Das war interessant. Low Gravity. Oh, was macht ihr hier alle? Annie, verbrust. Ich hab mir nur ne Waffe geholt. Ich weiß, dass da oben welche liegen, aber... Das ist krippelt. Wie war dein Abend? Annie... Ich komm um dich... Du läufst mir hinterher, ja? Ja. Pass mal auf. Er ist auf der Höhe. Ich glaub, ja. Ich sag, du bist es. Ich sag, Sadek, es ist. Nö. Oh, scheiße. Entschuldigung. Fuck. Oh mein Gott, ich hab... Das hab ich gehört. Wer... wer läuft hier? Hä? Kleines Tourenkind, im Hauptraum. Oh! Mann! Hallo! Das war der Diegel-Flick meines Lebens, Junge. Hä? Du warst der Einzige mit Sadek, der noch gelebt hat. Oh mein Gott. Hab ich ja wenigstens einen richtigen Troffen im Affekt. Ich wollte ihn grad anschauen. Das passiert dir so oft, Grübel. Ja, ich weiß. Ich bin halt so streckhaft. Ja, aber du kannst nicht mal schießen. Spielen auf eigene Gefahr. Ja, ey. Als würde ich's verhindern. Ja, bestimmt irgendwie. Kannst du mir mal Moni lassen, Krümel? Ja. Dankeschön. Alter, jetzt geht's doch nicht. Hören Sie einfach nur an wie normale Menschen, die so aufstehen müssen wie ich. Was? Du hast dich jeden Morgen so an? Ja, ungefähr. Du, ich bin ein Deelte. Nicht hier. Nice. Lukas. Ey, Lukas. Oh, ich... Wenn du um 3,5 Uhr aufstehen müsstest, würde ich die Kausse anhören. Was? Krümel war... Okay, da ist jemand... Gestorben. Krümel ist Traitor. Also wer eine Krümel sieht, sofort erschießen. Wo hast du sie denn gesehen? Hier ist irgendwo oben geblieben. Und was hast du geblieben? Ja, wieder im Hauptraum. Oder? Keine Ahnung. Fuck, du hast Scheiss! Was? So, wer ist der Zweite? So, kann man dich irgendwie aufhängen? Ich möchte dich gerne aufhängen. Lass sie baumeln, los! Wie heißt das nochmal? Achso, alles. Ist das dein Scheiss Ernst, Krypto? Krypto? Krypto der Zweite? Krypto, ich warne dich. Ich bin ein Deelte. Huh! Feuer! Naja! Was sagst du, Krypto ist es? Oder was? Ich vermute mal, weil... Versuch dann ihre Leiche anzukommen, oder was? Naja, guckt nur hierher und steht da rum, anstatt irgendwie abzuhauen. Moment. Oh, nix? Hm? Oh, nix und Krypto? Ich hab nur das Sandwich hier gefunden. Ja, ich lau... Ich verlaufe mich mehr oder weniger im Keller. Oh, nix, verpiss dich. Ich hab ne Schock-OMP. Tja. Macht was ihr wollt. Ich bin weg. Wenn mich jemand sucht, guckt aufm Radar. Ich hab keinen Radar. Kannst du auch einkaufen. Ja, hab ich jetzt. Wie viel leben denn noch? Da ist da. Müsstest du ja sehen. Mach's wo. Aufm Radar müsstest du jetzt ja sehen können, wie viel noch leben. Aua! Ey! Wer? Aua! Hör auf da... Aua, ey! Da schießt der nächste auf mich! Hör auf damit! Wir haben jetzt. Wir haben 40 AP. Oh, das ist sehr traurig. Ich hab dir nur 16 abgezogen. Ja. Aber wer war denn das andere da rum? Krypto? Ja. Ja, kannst du mal anschießen, Alter, der Wichser. Ich weiß nicht, ich kann Krypto das Sandwich benutzen. Krypto benutzt das Sandwich hier. Ich glaub, das liegt da schon etwas länger. Das macht dem Schaden. Okay, er ist kein... Hm? Jetzt hat er fast kein Life mehr. Ja. Ich hab doch gesagt, das macht ihm Schaden, weil das da schon länger liegt. Ich hab noch mein Sandwich in der Tüte. Wüsste. Schlauer Dete. Oh. Also hier bin ich. Ernie, Ernie! Wo denn? Krypto, komm her. Kry... Krypto, hier! Hast du Krypto das Sandwich gegeben? Nein, ich hab mein Sandwich gefunden. Ja, ja, mein ich ja. Ernie! Ernie, du! Oh! Anstatt die Zeit zu nutzen. Aber kein Slot mehr frei ist das Problem. Oh mein Gott! Ach sorry, Krypto! Ach sorry, Krypto! Fuck it! Öhhh! Oh mein Gott, Monik, steht einfach nix mit. Also ich sag doch eher nicht. Ja, ich hab nur gehört, du bist tot. Ich dachte, ja toll, dann heilt sich jetzt der Traitor hoch. Hab den Namen ja nicht gesehen. Oh mein Gott. Mann. Oh mein Gott. Der größte Lappen auf Erden. Der Anti-Mate Nummer 1. Vor allem, ich sag noch so, ich hab keine Slots mehr frei. Bei Arnie musst du ein bisschen lauter reden. Ne, bei Mornex musst du lauter reden. Ah, ich meine, äh, sorry, ich mein ja so. Ich wollte gerade sagen, Matze, du riskierst gerade dein Leben. Mornex braucht ja schon ein Hörgerät, ey. Das kommt halt mit dem Alter. Alter, Bruder. Hast du gedacht, Grimmel? Wichsen macht Schaub, ey. Ich hab gedacht, warum kriegt man Mumps. Sadek, wenn ich sterbe, ist Sadek. Wer ist Sadek? Ich schwör, es ist Sadek. Irgendjemand hat Schaden gekriegt. Ja, ich bin gefallen. Mornex hat sich mal eben gedacht, der bringt sich ein bisschen um. Ja. Aber auch nur ein bisschen. Irgendwer hat rumgeballert. Ich. Ich hab mein Loch, äh, größer gemacht. Was? Er hat sein Loch größer gemacht. Lecker. Was? Ich hab dich reingeballert in das Loch, Alter. Look. Mornex, Gott. Lass mich durch, Dankeschön. Alles so schreckhaft, Alter. Du hast mir, alles so schreckhaft, oder was? Wenn wir hier mal mit dem Launcher um die Ecke, geht. Ey, der steht mit Launcher um die Ecke, ich hab mich so geschrocken. Da steh dich. Aufhören. Ja, du kannst die Leiter nehmen, du Nase, Alter. Ach, da ist die Leiter. Du meinst, die Leiter, ach, da ist die Leiter. Ach, da ist sie. Ach so, hm. Hm. Die ist vielleicht runtergegangen. Schreck mich nicht so krypt. Razer? Also Razer ist es. Ich glaub, es ist Razer. Wer sich so doof anschaut, kann nur Traitor sein. Ich. Ich hab ne Lemonade für den Razer. Moment. Ich kann wieder Heiß machen. Muss man eben... Ah! Fabek! Hilfe! Zu viele Leute! Ich kann's jetzt voll alle weg, Görnen hier. Ich verzieh mich. Ah, Lukas? Ach, hier unten ist schon jemand. Lukas, da hat gar nicht jemand. Du hast mich grad erschreckt, ey. Du musst aufpassen, weil ich Krümel geschießt sofort. Ach, die Krümel, Lukas, ist unter dir. Hey, der Krümel hat noch Munition? Was, was kann die? Aua. Der Krümel kann bewegliche Dinge durch die Gegend schleudern. Ist geil. Benutzt nur jemand. Ich kann auch Krümel durch die Gegend schleudern. Ja, kannst du auch machen. Aber dann bin ich... Ich bin Inno. Ja, ich weiß. Würde ich auch sagen. Kannst du mir ne... Kannst du mir ne Waffe geben, ne schöne? Äh, nein. Ich kämpfe nicht. Ist hier nicht grad jemand umgekippt? Und dann hast du Waffen gewechselt. Kannst du einen Lemonade Launcher geben? Sadeck. Nein, warum soll ich das? Hast du Waffen gewechselt? Weil ich hab den Waffen gewechselt und dachte, jetzt wär jemand umgekippt. Dann machst du nicht Heißer. Nein, mach ich nicht. Ich bin ja Inno. Äh, Lukas, kannst du mal bitte kommen? Aufpassen. Wär ich Traitor? Wärst du doch längst tot. Ja, aber du bist kannst du auch... Kannst du? Kannst du? Warum es Krypto hört? Warum es Krypto hört? Kannst du mir die bitte geben? Du weißt, wenn du mich killst, ich nehm dich auf jeden Fall mit. Ja, ich hab kein Problem. Ich töte dich aber nicht. Jaaa! Krypto rückt mir ziemlich auf die Pelle. Wer? Ich schwöre es auf das Leben meiner Kinder, okay? Ähm. Dann schwöre, Alter. Ich hab Angst. Klar, der Krypto kommt in deine Richtung. Ich muss ja weg. Ich hab Angst. Uh, Krypto kommt in meine Richtung. Ja, ungefähr in deine Richtung, wo du... Ich hab Angst. Ja, ungefähr in deine Richtung, wo du... In deiner Nähe bin ich hoffentlich sicher. Razer? Razer, Razer, Razer. Razer ist auch auf ihm einmal hurt. Oh, das ist gut. Äh, ist er zackt also, oder? Ja. Ne. Wow. Nein, Krypto. Ich tu dir nichts. Ja. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht in die Höhe. Ja, huhu. Wuhu. Wuhu, Arschloch. Was? Kennst du das nicht? Die Compilation der, äh... Tourette Syndrom, Leute. Der eine, der durch die Stadt rennt und ruft, Wuhu, Arschloch. Ich hätte gerne... Wuhuuu. Matze. Was kannst du doch nicht machen. War mit... Mit... Lamin Lone Chai ja den sollte er ja auch eigentlich mehr geben aber wollte er ja nicht ich geb' aber Mornix WAS?! WAS?! Geil, gib her! Toll Warum nicht? 5050, Mornix oder Krümel geben? Ja, mir! Keinem von beiden Mornix und Krümel, kommt mal her, ich mach'n Spielchen kommt mal zur rote Tür Ich mach'n Spielchen, ja? Was ist die rote Tür? Töte sie einfach beide Ich wollt' grad' sagen, oder tötet einfach Matze Warum sollst du dein Lamin Loucher irgendjemandem anvertrauen? Was für Racer Mega Suspishes Ich war hier noch nie, glaub' ich Ich weiß nicht, Racer, wann merkst du das eigentlich? Hallo? Was? Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit hinterher gerannt Leben eigentlich noch alle? Ja Denk' ich mal Da denk' ich, glaub' ich, oder? Oder woher kam der Knall? Das war ne Disco Das war ne Disco Das war ne Disco, Disco Party Party Sag' mal, Krypto Krypto, ist das dein scheiß Ernst? Wer hat Matze getötet? Matze? Okay, Krypto Hat er? Hat er oder hat er nicht? Ich würd' mal... Ich würd' mal... Ich hab' ihn jetzt erschossen Oh, er war ein Gute Sehr gut, sehr gut, dann vertraue ich dir Razor ist auch noch hier Der war grad bei Marzes Leiche Ja, dann Razor oder Monix Einer von beiden Ich könnt' es auch noch sein Wer, wer bist du? Erni, ach ja Richtig Ich könnt' es theoretisch auch mal sein Ja, stimmt Oh, der hat sogar noch mehr Munition als meine Sport Der war der Leiche Von daher vertraue ich ihm auch Also, Monix oder Razor Ich glaub, dass es Razor ist Der Zadek hat nur die Kriegshalle Wow Schießt du auf mich, Zadek? Nein, ich hab' versehentlich geschossen Razor ist auf dem Meerdorfalkon Ich weiß, da ist er grad nicht mehr gegangen Gibt's ja grad nicht weiter Ja, natürlich geht's da nicht weiter Weil ich ihn von hier oben nicht hab' runtergelassen Monix, Razor, einer von euch beiden ist der T Okay, das heißt, der eine muss den anderen umbringen So wie Voldemort und Harry Potter los Wenn das nicht tut, töd' ich euch beide Ich hätt' auch eben beide umlegen können Sag' mal, Monix, was machst du da mit der Leiche? Guck nur Jaja Schieß doch nicht auf mich dir Nur gucken, nicht anfassen, ne? Razor hat geschossen Ich habe nicht geschossen Monix, verpiss dich, wenn du hinter mir herläufst und stirbst Ja, toll, wo soll ich denn hin auf der anderen Seite? Stings, das darf ich nicht tun So, Andy Razor, ihr macht euch gegenseitig Und ich mach dann Monix Okay, Monix ist es Ciao Mann Warum traut man mir auch nicht? Weil du die ganze Zeit Mega-Suspicious irgendwo rumgelaufen bist Oh, nee Das war irgendwie komisch So komplett sorgenfrei So, komplett sorgenfrei So, oh, Nabi, ne? Nabi, na Ach, der häufig verfolgt dir fühlt Nabi, Nabi Ja, aber du warst komplett sorgenfrei Wär hair ever hangelaufen Ja, 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 mًk Wir haben alle überoueich, wer ist dies Mohnix ist immer so ein Obstverkäufer Wer kann es sein? Mohnix ist immer so ein Obstverkäufer Mohnix ist immer so ein Obstverkäufer, ew Mohnix ist immer eine Obstverkäufer, ey Hehehe War auch gut so Du hast doch gesagt, dass du wir in eben den Lemon Launcher geben Also... Aber nicht nur. Oh ja, ich hab nicht die Taube zum...